grüße und hallo und zurück zu arg ich bin mal eben mit dabei ist black soul diana hi der blick und der westerkater ja ja der ist immer da der wohnung übrigens auch im wasserleitung ziemlich flott dahin ja dann müssen wir mal ein bisschen da oben ist und nicht man vergessen und was aber nicht reichte eine wasserhaar ich habe auch im brunnen ich habe wasser und dass man wieder wir holen ein neues video sie benennen könnte denn uns ist ja leider gestorben wir nehmen aber die namen aus der ersten folge genau wir können trotzdem gerne weiter natürlich falls uns nichts gefallen hat ja alles mögliche schreiben und falls wir auch noch andere tiere kriegen ich komme diese vergleiter nicht nur erst ich auch nicht der schlug gebaut zum ersten sein tier finden auch stroh und fahrer sich sehen kann so das ist mal nicht das richtige warum nicht renner siehst du und nein da muss er läuft immer noch nicht was ergaben wasserpilze nicht wasser dauert aber es dauert ein bisschen aber wasserpilze sein für die cms ganz viel aber ich werde durste gleich das aber nicht rennen muss stillstehen dann fühlt sich das auf bitte diese blöde ich brauche unbedingt noch eine plattform hier unten weiß so ist deine zeichen diese plattform kommen ich muss ich muss trinken statt kann ich so inzwischen mal das leuchte viel das gleiche einfach weil die sind anscheinend selten hier geworden da wir ja zwei gezähmt habe eins ist verunfallt 1 steht zu hause ist sicherheit natürlich verrecken lassen nein hat tapfer gekämpft warum ihr habt ihr wahrscheinlich nicht auf passiv gestellte ständig auf passiv ist ich verarscht du blöde leiter oder war passiv ist er verstehen geblieben hat sich töten das kann leider dann natürlich auch passieren dass er schiebt röte halt umschied gröte also schon leuchte viel als ein bienenkorb dem wollen wir auch nicht du bist hast ein level ab nein ich freue mich schön schön für den hallo euch jetzt ja nicht hier ist natürlich das ist ein schick heute wo haben wir so leuchtet du brauchst lebenspunkte meine leuchtradius kann erhöht werden radios neint die aufladung hier steht leuchtradius und ladung oder der damals war so auf englisch weiter ist nicht gepeilt wird im ersten blick haben wir inzwischen also endlich auf deutsch gemacht aber ich finde keins ja das es gibt sogar ein bach irgendwie leuchte bach wenn man da irgendwie in der nähe von helligkeit ist ist das nein das ist ein schutz gegen das werden wir sehen ich weiß ja man nicht wie die vier aussehen gegen dunkelheit sind böse viecher im schwergebild aber ich weiß ja nicht wie die aussehen ich will mich auch nicht spoilern aber ich habe gehört dass es eben für die vier ist ich möchte wissen wir auf unserem letzten server der eine das hinbekommen hat die ganze zeit nackt das war so ein skin für die mann ist ja keine recht gehen echt habe ich habe jetzt alles abgelaufen finde keine leuchte vieler und ich finde wieder unten am strand wo du start bist ich habe leider ein bisschen schlicht unser problem noch immer ist wir haben holzstroh problem hier wächst zu wenig also ich glaube neben dem dino her der hat leuchten blaue schuppen ja das ist das aber ich finde es so hübsch der strahlung aber ich finde es so hübsch ist auch cool wir sind auch unbedingt ein apparition ab zu den themen so wir haben wasser nein du hast wasser gemacht das feuer gemacht ich habe wasser gemacht ich finde leider dass viel nicht schalt das schreit nach einer planerinnerung heißt wir werden jetzt einfach wieder uns gemeinsam sammeln rüber gehen und bei der tüten ja das klingt noch lieber vorerstellen wir haben aber keine waffen nehmen wir genug stein mit und feuerstein hat und dann gehen wir ab zum holz zum kraften wo ist denn da unser kühlschrank kühlschrank haben wir noch mal doch 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 so ja ist okay weißt du doch selbst eine güte wir haben wir haben uns nachher wie man nie ob wir gehen ja ich habe das holz ausgesehen alles immer wieder in die gleiche richtung blöd zu wenig pilze sehen dass da hinten sind pilze und das war es der rest sind bäume nicht fängt dahin sind bäume normale normalen bäumen ja wir gehen zu den normalen bäumen wochen ich bin jetzt bei der wasserleitung am straat ich bin ich komme auch oben und versucht noch mein zeugnis zu reparieren ich habe ein level ab warte mal ganz kurz dass wir noch die jemalige mitnehmen können dass sie springt schon ich brauche ein jeder hat doch immer gehen erst mal hin zum holz es geht so um sie ihren heilmittel ja weil sie dass sie noch nie hatte das Problem holzmangel heilen die im normalen akt es gibt eine andere auch immer schon ich hab schon lange nicht mehr gespielt scheinbar sie ist sehr hungrig ich weiß nicht mehr was ich essen hast du kein fleisch aber ich habe mein fleisch vergessen vorher hat man irgendwie fleisch also wir müssen vorher mitgenommen ich habe das gewusst und vorher habe es auch fleisch männer können wir männer kümmern uns um selber und selbst damit sich das weg ich habe es vor uns ins feuer geworfen ich habe ich was trinken kann dahinten zum beispiel auch schon bäume da können wir hingehen wo seid jetzt nach einem wasser ich komme ich schon musste vorsicht hier ist irgendwo noch ins kopie ohne nun nicht bitte nie das riesen viel angreifen das tritt uns tot was warum ist doch noch das ist jetzt hier ist der 1 2 oder oben sind kristalle da oben ist ein kristall ja aber weil die frage doch existierte und daneben der stein könnte der nicht nach ob sie hier muss nein ganz ehrlich und habe dann in mir könnt ihr mal kommen wir wollen doch zum wald zum wald aber erst mal hatte ja ausschalten wir drauf hat kein innen aber ja es regnet steiner gegenstände wer hat mich damit mit dem sperr getroffen würde der thema bitte in der jahre das ist sogar ein pfeil nice erst mal müssen wir uns wie wie arme kleine schlucker alles im bohnen aufsammeln was uns der der schluchten gott der gott gibt danke gott dank schluchten gott du hast gesagt du bist dann schwarzen hasen an was sollte er ist der schluchten gott dann greifen wir uns sammeln er kommt ja ich muss eben auch sehr wichtig aber ihm jetzt getötet halt halt wie die plünderer gelaufen ja vor allem zu viert hier guck mal wie viel hier runterkommt ja krass und dahinten bei unserem erretternden wald ist noch ein skupier und noch ein raptor das sind wir jetzt weiter töten gehen oder liegt holz mein gott das holz heute so wichtig das ist da oben das ist ein morgens da waren sie zwei ab dort noch aber wir gehen nach links oben ist jetzt kommt wir müssen auf jeden Fall töten ja der kommt auf jeden Fall ich habe mich zu wobei ich jetzt so kenne aber er hat schon mal keinen kopf auf dem mann wir das kriegen ich muss noch dringend am eisen finden für den arm pusten zu nein 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 danke bitte äh diesen raptor ja ist nicht bei mir hast du gestorben nein du bist nicht tot du bist bewusstlos du bist gleich tot seit nein oh gott ja du kannst dir weiße bären geben du lächst die bären rein füttest du mit gut dass ich habe was ich gegeben habe es müsste jetzt rechts ein bisschen runter gehen deine sternchen da hin oder ja aber ich habe leider zwei geht doch seht ihr so geht das auch mal nebenbei zu toll ne einfach meinen kollegen weiße bären rein stopfen und füttern so und da oben ist endlich holz ist wirklich gut aber du musst ein bisschen aufpassen wegen du hast nicht mehr so viele lehmspunkte ich denke mal ich habe ein level ab und steckt mal den punkt auf endlich holz leuten nein ah ich bin auf dem lsd trip und scheiß es mich an aber ich habe inzwischen weiter ist natürlich ganz gut wenn man später richtig dann muss da wird rein laufen mit full live hat sie mal richtig angehackten alleine die vorstellung ist es so genial wir gehen scheinbar wieder runter da unten ist ein skopi ohne so wo sei denn da war ich verleihen und ich sehe ich sehe ich sehe die leben die hat da drüben und da sind die anderen beiden das erabte auch immer nicht töten noch du müssen leveln ganz dringend warten bis die anderen wieder das war drüben ich habe keine keine feile mehr du hast du kommst mir fehlt tasern was da kann man auch gegen auf aufhelfen Diana welches level hat denn dieser raptorchen 4 ss dankeschön hier kriegen dass das basilisk geht rechts das hat sich nicht gut und der 360 ich habe keine ahnung ist jetzt sehr gefährlich oder oder ich hätte ich noch mal basilisk der ist dahinter die wand gegangen da ist er geht weg zum glück aber der gefährlich ausmeld männlich basilisk was ist vor ihm möchte ich nicht klappt was ist das leuchtet viel mit der blauen lampe also echt krass aus sieht ein bisschen aus wie ein ohrkneife von seinem schwanz her ja da bin ich lange diesen aktuell so gibt alles krass aber weil sie dies gesagt das ist eigentlich jemand der versteinert das ist ein bisschen schiss vor ihm ja weil ich ja wenn er das nicht dazu oder ist auch nicht immer einen berg hoch dreht man einfach immer hoch ja hier ist auch ein leuchte viel für dich 23 sogar kannst du die drei ich bin blaue kannst du jetzt aussuchen wir haben hier das ist weiß wir hatten schon ein pink wir haben schon blau den ihr benennen könnt das untergefallen er ist ein ganz guter er ist ein ganz guter die west die die insekten greift hier an ich würde den sechsten einfach auch wenn wir sie nicht geärgert haben normal schon ich bin beim themen hier von der kleinen taschenlampe kleine taschen er muss endlich hungrig werden wer hungrig mann auch noch mal akkert glaubt ja drei mal füttern ich werde greifen was an du bist weiblich wird jemand angriff von uns ja ja extrem schadenszahlen also gerade ist die eingriffen verleihen das viehzeug das kleine mistviehzeug hier kommt das mistviehzeug naja auf jeden fall geht's sehr getötet ich hoffe mal die mega leuras haben mich eingriffen ja aber ich habe keine axt das heißt ich kann sie nur töten irgendwie muss sie gar auseinander nehmen macht ihr doch mal eine axt ich wollte das schaf mal versuchen zu tamen und bin gerade dabei durchzuprobieren welche pilze die wohl fressen das äh das schaf war vorher schon da ja ja aber was also einfach irgendein gemüse oder beeren ne ne karotte kartoffeln ach man das haben wir ja noch nicht das haben wir doch noch nicht ja ich habe ein wasserproblem ich will jetzt erstmal wasser ich blink schon nein hast du keinen äh wasserschlauch ja doch aber ich konnte den auch nicht auffüllen achso ja du bist ja auch der erste bei den bäumen ja ich ran zum wasser nein niemand mag dich niemand mag dich nein oh eh ja so da waren oh holz nehme ich gerne oh ich bin hier aber auch schon dezent überladen huiuiui oh ich habe mehr Beeren für irgendeine äh das ist mir wurscht das ist mir wurscht das ist mir wurscht naja safe da hinten ist auf jeden Fall die sind halt diese Fliegen und ansonsten da vorne leuchtet was da ist ein da ist ein Dings da ist ein ähm Inventory Spot wie heißen die denn diese der ist aber weit 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 weg und der ist grün und ich glaube grün ist erst ab Level über 20 ich war grad gucken gewesen dahinter gehts damit wieder steil bergab das da das geht bei mir grad noch so naja wir haben ja nix jetzt bin ich auch überladen wir haben ja auch nicht vollfressen hier was ist das da hinten zebra reparation viel sind echt cool das kämpfte ich sehe jetzt so cool ein lystrosaurus der kleine und ha padded habe nichts wenn du den teams und dann in deiner base stehen hast neben den anderen die dann petters dann kriege ich alle und was ist ein roter kristall bitte erst mal einen roten elstein gesehen er ist von mir dies nein also sagt jetzt beladen da gehen wir heim wenn wir alle voll sind ja wo ist der jener auch total voll schleicher geradezu ich sehe euch aber ich muss bären sammeln weil ich kurz vor und dann sehe ich nicht wir müssen nicht mehr im fall vorbereitet das fleisch hinter dem nächsten mal vorbereitet dann los ist noch ein bisschen strom mitnehmen ich komme gerade ich komme gerade na du seid jetzt einem weg hinter mir ich habe kurz seinen namen aber noch immer mal heim leute gesagt müssen voll ja ich bin auch gerade hilfvoll aber sehr schön voll mit ohr gott nicht mit holz und stroh und so weiter wenn unser haus einmal fertig kriegen so ein bisschen sicheres zu hause ich würde sagen mal vernünftig entscheiden was zuerst gemacht gebaut ja erstmal alles ablegen entweder waffen oder ablegen diese hänge hier lecken naja man hier runter oh mein gott was bist du was bist du denn wie cool ist oh mein gott oh entschuldigung blödsack was denn ich bin von so einer kippe gesprungen und bin auf so einem riesen dino gelandet der da genau unter da gerne ist immer gesagt dagegen die zu greifen nicht an und er hat mich erst mal runterschmissen die sind aggressiv ja naja ich finde das eine angenehme mal aggressiv achten die blöden langhälse naja bis hier wird er mir nicht folgendes er folgt noch immer iguan dodern oder welcher nach welchen namen gerade nicht nicht die coolen langhälse für immer diese art jetzt gedreht endlich ok ich bin langsam aber gar nicht ein wasser mitnehmen können das im co haben wir nicht die wasserleitung ja 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 clip ist zeitwann suchmen mich an kleiden es letzt oder hier das abgelegen rechts 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 immer schön recht immer rechts auch wenn du wählen gehst du musst gleichaber treiben junge du hast es gesagt erinnert mich nur an diese an diesen blöden witz mit dem in der fahrschule bitte biegen sie die nächste links ab nein der rechte das so dummer witz ja man nicht mann wer brennt stirbt oder irgendwas ich habe vielleicht gegessen also wenn man nichts verbauten bitte von zum zeug und dann wenn man es mal gemütlich überlegen was wir damit machen ich werde noch der erinnert schnell mal ein bisschen was und was wir dann daraus gemacht haben sie überwächst mal nächstes mal sogar der eine eingekleidet da wir die gucken auch man denn das ist doch langweilig nicht gleich zum aussehen es geht zum aussehen nein ist eh verwechselt sehr gut Tschüss zum nächsten mal